Frau Dr. Hengster, Frau Dr. Leonhard, Sie waren ja im vergangenen Monat im Silicon Valley und haben sich inspirieren lassen für die Erweiterung und Erneuerung des Beteiligungsmanagements. Warum sind Sie dort hingefahren? Wie Sie wissen, haben wir einen Neuaufschlag unserer Beteiligungsfinanzierung losgetreten und wir wollten uns wirklich ein eigenständiges Bild machen, wie Silicon Valley funktioniert, was dort so besonders ist, ob Dinge dort anders laufen wie in Deutschland und natürlich, was wir mitnehmen können und übertragen können und hier auch nützen können. Wir haben große Unternehmen gesehen wie Google zum Beispiel oder Oracle oder SAP. Wir haben ganz kleine Startups gesehen, wir haben Inkubatoren getroffen, Acceleratoren und somit ein umfassendes Bild bekommen, was das Ökosystem in Silicon Valley so speziell auszeichnet. Was macht denn das Ökosystem? Was bezeichnet denn das Ökosystem in Silicon Valley? Was sind Unterschiede? Was sind Gemeinsamkeiten? Was waren so Ihre Eindrücke? Der erste Punkt ist, natürlich hat Silicon Valley einen ganz anderen Zugang zu Kapital, wie wir das in Deutschland finden. Man muss sich vorstellen, in San Francisco, in dieser Region um das Silicon Valley, da stehen im Jahr 50 Milliarden an Venture Capital. Das gilt dann für ganz USA, aber der Schwerpunkt des Venture Capitals wird dort investiert zur Verfügung. In Europa stehen vier Milliarden zur Verfügung. Frau Leonhard, was haben Sie für Ihre praktische Arbeit mitgenommen im Beteiligungsfinanzierung im VC-Markt? Also mir war schon auch nochmal wichtig zu erkennen, warum ist der Markt so groß in den USA? Nämlich, weil eben sehr viele institutionelle Anleger wie Versicherungen, Pensionsfonds ihr Geld in Venture Capital geben. Auch das ist eine Erklärung, die man heranziehen muss, wenn man den Vergleich macht zwischen den 50 Milliarden oder den 4 Milliarden in Europa. Was wir mitgenommen haben ist, und das fanden wir sehr eindrucksvoll, dass die Nähe zwischen den Venture Capitalisten, also den Investoren und den Start-ups eine sehr, sehr enge ist. Und das macht Silicon Valley aus. Man erreicht, binnen weniger Kilometer oder Meilen hat man einen engen Kontakt. Und die Venture Capitalisten haben uns auch bestätigt, sie sind nah dran an den Start-ups, die sie finanzieren. Sie geben ihnen Coaching, Mentoring. Und es ist eine sehr enge Beziehung zwischen denen, weil die genau sich überlegen, wenn sie viel Geld hineingeben, dass es auch gut angelegt ist. Alle reden über digitale Geschäftsmodelle, aber die Art und Weise, wie sie miteinander umgehen, ist stark analog. Man hört immer wieder, ich verlasse mich auf mein Bauchgefühl, ich akzeptiere überhaupt keine kalten Anrufe, sondern nur, wenn ein junges Unternehmen mir von einem anderen Investor empfohlen wird, dann schaue ich mir das überhaupt an. Und was man vielleicht auch noch ansprechen muss, man hört es immer wieder, aber es begegnet einem wirklich an jeder Straßenecke, das ist diese Risikokultur. Während wir immer sagen, na ja, das Scheitern ist ein Problem, ist es dort fast etwas, was zum guten Ton gehört. Viele Investoren fragen ihre Start-ups, wie oft bist du schon gescheitert? Und wenn jemand sagt, schon ein-, zweimal und das habe ich daraus gelernt und deswegen investiere ich jetzt wieder, dann ist das eher ein Qualitätskriterium. Und damit würde man sich hier ja immer noch sehr schwer tun. Also plädieren Sie für Scheitern? Ich plädiere dafür, was zu beginnen, nicht zu viel Scheu zu haben und dann aber aus dem Scheitern was zu lernen. Ja, eindeutig. Viele der, ich sag das mal, Reisenden in Silicon Valley sind beeindruckt wiedergekommen. Der eine mit Bart, der andere ohne Bart, der eine mit vielen großen Ideen. Was hat Sie am meisten beeindruckt? Vielleicht Frau Hengster und dann Frau Leonard. Ja, was hat mich am meisten beeindruckt? Die Kultur. Diese Haltung, diese positive Haltung, dass man selber was schaffen kann. Der Drang zum Unternehmerischen. Ich habe eigentlich nur Menschen getroffen, die gesagt haben, ich habe jetzt schon mal was gegründet. Und nicht nur ganz junge Leute, sondern auch Universitätsprofessoren, etablierte Angestellte von größeren Konzernen, die einfach sagen, ich möchte nochmal was gründen. Die und die Idee möchte ich weiterverfolgen. Also diese wirklich positive Begeisterung für diese neue digitale Welt und dafür sich auszuprobieren. Finde ich ganz, ganz großartig und sehr bemerkenswert. Was mich sehr beeindruckt hat, war unter anderem auch diese sehr starke Verzahnung der Universitäten und die Vorbereitung der Studenten auf das Start-up-Leben. Es gibt natürlich gerade in Silicon Valley mit der Stanford University sehr, sehr enge Verbindungen und man wird sehr stark auch während des Studiums vorbereitet auf eine, ja, auf eine Selbstständigkeit. Und es ist viel stärker im Mindset, dass es normal und gut ist, wenn man sich selbstständig macht. Wenn ich jetzt frage, sind Sie wieder zurück in Frankfurt? Es ist schon einen Monat her. Sie haben sozusagen die Eindrücke ein Stückchen sacken lassen. Jetzt ist die große Frage, was greifen Sie davon auf? Was setzen Sie quasi in das tägliche Geschäft um? Wir sind dann zurückgekommen und haben gesagt, was können wir noch mehr tun, um das Thema Mittelstand und Digitalisierung, Industrie 4.0, Start-ups mehr zusammenzubringen. Und da haben wir schon erste Ideen entwickelt über Workshop hinaus. Wie bringe ich die vielleicht auch in konkreten Fondsstrukturen zusammen, sodass wir es den Mittelständern leichter machen, diesen Weg dahin zu gehen und dem Start-up aber auch eine Chance geben, wenn er eine gute Idee hat, die man dann umsetzen kann, jemanden zu finden, der mit ihm einen Rollout startet, damit das auch so einen speziellen Award, wo sie das Tech-Unternehmen eines jeden Jahres prämieren. Denn auch die großen amerikanischen Internet-Unternehmen versuchen ganz, ganz viele Start-ups an sich zu binden. Und sowas prüfen wir momentan auch gerade, ob das für uns auch Sinn macht, sodass man einmal im Jahr einen Start-up besonders auszeichnet, der sich eben besonders in diesem Jahr hervorgehoben hat. Frau Leonhard, was greifen Sie auf? Die deutschen Start-ups denken eher kleiner, weil sie geprägt sind von geringer Kapitalverfügbarkeit, eher 200.000, 300.000 Euro, als vielleicht auch mal zu sagen, ich wage mich, größer zu denken. Auch das wird etwas sein, was wir mit unserem neuen Beteiligungsantritt unterstützen können, nämlich zu sagen, ja, in der B- oder C-Runde gibt es auch mal mehr, also 1, 2, 3 Millionen, auch das ist ja bei uns angelegt. Und das sind Dinge, wo wir einen guten Beitrag leisten können, mit dem Geist, den wir mitgenommen haben, aber eben auch schon gematcht auf die deutschen Verhältnisse. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie Ihre Eindrücke mit uns geteilt haben. Ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke. Dankeschön.